jo liebe leute was geht da draußen der onkel zocker hier im stadt halli hallöchen leute was geeeet hashtag ihr seid die besten leute vielen dank an die ganze support da draußen leute ich zeige euch heute einen geilen glitsch was wir nie auf meinem kanal hochgeladen haben und wenn euch das so gefallen hat lasst doch einen daumen hoch für den onkelzock ich würde mich sehr freuen das motiviert mich extrem leute so als erstes benötigen wir jetzt ein fahrzeug wir laufen mal ganz schnell zack zack und gib mir das auto so und dann fährt ihr mit dem fahrzeug dahin und ich zeige euch selbstverständlich wie in jedem video schritt für schritt wie es funktioniert wo hinfahren ist bla 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 dies das ihr wisst bescheid so da müssen wir dran fahren mit dem fahrzeug wo ich hinschieße gerade so und es funktioniert so einfach leute so nice das ding so da fährt ihr dran so das würde eigentlich glaube ich ausreichen und dann steigen wir gleich mal aus sobald ihr ausgestiegen seid und mit dem fahrzeug dran gefahren seid klettert ihr nur noch hoch und das geilste dran ist leute ihr könnt ihr noch rausschießen auch mit einer panzerfaust wie ihr zu sehen bekommt zack zack ab das fahrzeug ist booms bams weg ja richtig nice leute auf jeden fall lasst doch einen daumen hoch für den onkelzock wenn euch das video gefallen hat und der glitch ich würde mich sehr freuen und ihr motiviert mich dadurch noch extremer leute und ich überlege mir ob ich donnerstag oder freitag ein livestream starte ich bin noch nicht ganz so sicher ich muss mal schauen ob ich nicht da was den nächsten tag noch an termine habe bla bla dies das ihr wisst bescheid ich habe auch noch was leben ja leute auf jeden fall ich werde euch dann noch ein wenig erwähnungsvideo mitteilen wie ist das wann wir das alle starten werden und hier befinden wir uns gerade genau hier da müsst ihr hinfahren und dann müsst ihr mit einem fahrzeug der etwas höher ist am besten so ein fahrzeug halt und eigentlich ist egal was für ein auto eigentlich ihr müsst ja nur auf die motorhaube klettern und dann fährt hier dran zack einfach drauf steigen aber wie ihr sehen könnt bin ich viel zu weit reingegangen dass ich runter geflogen bin aber ihr müsst etwas vorsichtiger sein wie beim ersten mal ihr das gesehen habt bin ich da reingeklettert und das ging alles reibungslos leute wenn euch das video gefallen hat los ein daumen hoch für den onkel zocker ich bedanke mich herzlich euer onkel zocker